P3 Die Haselburg ist eine Halbruine bei Bozen in Südtirol über dem Stadtteil Haslach gelegen. Geschichte, wie auch andere größere Burganlagen des Gebietes wurde die Haselburg in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts von den Herren von Haselberg errichtet, die ihren Namen vom Bozener Stadtteil Haslach führten. Die Höhenburg ist somit infolge der sogenannten hochmittelalterlichen Vertikalverschiebung von Burgsitzen entstanden, als ursprünglich inmitten des Siedlungsverbands gelegene Herrensitze vor allem aus Gründen des Sozialprestiges, aber auch aus militärischen Rücksichten in die Höhe verlegt wurden. Die Haselberger hatten als Ministerialen des Hochstifts Trient und als dessen bischöfliche Gast Olden eine bedeutende Machtstellung im Bozener Raum, und waren Inhaber der Herrschafts- und Gerichtsrechte der Pfarre Bozen, die sie im Jahr 1259 an Graf Meinhard II um eine hohe Geldsumme veräußerten. Um 1300 zerstört, wurden Teile der Burg in der Folge wieder aufgebaut. Ihr heutiges Aussehen ist von den Umbauarbeiten in der Mitte des 16. Jahrhunderts durch Leonhard II von Wülz bestimmt. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden nach einem Brand weite Teile der Burg zur Ruine. Heute befindet sich in der Burg ein Kongresszentrum mit angeschlossener Gastwirtschaft. Die Burg überragt den städtischen Friedhof in Oberau. Anlage, sehenswert sind die motivreichen Fresken aus der Renaissance. Punkt, Punkt.